Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Niccolo Machiavelli, 1469 bis 1527. Machtbesessen, eigensinnig, rücksichtslos. So müssen Politiker sein, wenn sie Erfolg haben wollen. Dies ist keinesfalls eine neue Erkenntnis. Vor nahezu 500 Jahren hat der italienische Politiker und Schriftsteller Niccolo Machiavelli genau diese Gedanken zu Papier gebracht. Ein Fürst, der sich behaupten will, so schreibt er in seinem Werk, der Fürst, ein Fürst, der sich behaupten will, muss auch imstande sein, nicht gut zu handeln und das Gute zu tun und zu lassen, wie es die Umstände erfordern. Aussagen wie diese sind der Grund dafür, weshalb Machiavelli seit bald 500 Jahren verteufelt wird. Ein Scheusal sei er, sagen seine Kritiker, ein Unhold, wie ihn kaum die Hölle hervorbrächte. Schließlich habe Niccolo Machiavelli das Rezept für all jene Herrscher niedergeschrieben, die fortan jegliche moralische Bedenken über Bord warfen, wenn sie nur ihre Macht sichern und ausbauen konnten. In dieses Bild fügt sich nahtlos eine Anekdote, die über Machiavelli erzählt wird. Als dieser schon im Sterben liegt, drängt ihn der anwesende Priester, den Teufel und alle seine Werke zu verfluchen, worauf Machiavelli erwidert, dies ist nicht der Zeitpunkt, sich Feinde zu machen. War Machiavelli wirklich des Teufels Philosoph? Niccolo Machiavelli wird im Florenz des Jahres 1469 als drittes Kind und erster Sohn des Notars Bernardo und seiner Ehefrau Bartolomea geboren. Die Machiavelli sind eine alteingesessene, republikanisch gesinnte Bürgerfamilie, deren männliche Vertreter in der Regel die Beamtenlaufbahn einschlagen. Politisch einflussreich oder besonders vermögend sind sie jedoch nicht. Der Vater sorgt trotzdem dafür, dass Niccolo eine exzellente humanistische Ausbildung erhält, in deren Mittelpunkt das Studium der antiken Philosophie, der Literatur und der Geschichte steht. Das, so dachte man damals, sei die beste Vorbereitung auf ein Leben in der Welt der Politik. Das Florenz, in dem Niccolo Machiavelli aufwächst, erlebt gerade eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit. Seit 1434 lenkt die Patrizia-Familie der Medici die politischen Geschicke der Stadt. Hinter einer sorgfältig bewahrten republikanischen Fassade baut Lorenzo di Medici, schon zu Lebzeiten der Prächtige genannt, eine nahezu fürstliche Machtposition auf. Er gibt der Stadt inneren Frieden und politische Stabilität. Dank einer ausgeklügelten Balancepolitik gelingt es ihm auch, gute Beziehungen zu den anderen mächtigen Stadtstaaten Italiens, allen voran, Mailand und Rom herzustellen. Nach dem Tod Lorenzo di Medicis im Jahr 1492 stürzt Florenz sogleich in eine politische Krise. Und mit ihm ganz Italien. Französische, spanische und deutsche Truppen fallen ins Land ein. An die Stelle von republikanischen Stadtherren treten vielerorts skrupellose Gewaltherrscher. In Florenz schlägt die Stunde des Dominikanermönchs Girolamo Savonarola. Mit glühenden Predigten kann er zunächst die Bürger für sich begeistern und die Macht in der Stadt an sich reißen. Doch schon bald wollen die Florentiner nicht weiter zusehen, wie Savonarola quasi eine Diktatur Gottes errichtet. Mit Unterstützung des Papstes wird er schließlich als Ketzer verurteilt und 1498 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sogleich machen sich die Bürger von Florenz daran, die Anhänger des verhassten Mönchs aus Behörden und Ämtern zu vertreiben. Neue Männer übernehmen die bedeutendsten Verwaltungsposten. Einer von ihnen ist der 29 Jahre alte Niccolò Machiavelli. Es ist der 19. Juni 1498, als ihn die Bürgervertretung zum Secretario della Repubblica wählt und zum Vorsteher der zweiten Kanzlei ernennt, die sich mit den militärischen Angelegenheiten und den außenpolitischen Beziehungen befasst. Machiavelli ist damit oberster Herr des Heeres und Chefdiplomat der Republik Florenz. Sein plötzlicher Auftritt auf der politischen Bühne überrascht. Schließlich ist nicht bekannt, dass er zuvor schon Erfahrungen in der Verwaltung sammeln konnte. Wahrscheinlich verdankt Machiavelli das Regierungsamt seinem ehemaligen Lateinlehrer Marcello Adriani, der ein paar Monate vor ihm den Vorsitz der ersten Kanzlei übernommen hatte. Die größte Herausforderung für Machiavelli ist zunächst die Rückeroberung der Stadt Pisa samt ihres für Florenz so wichtigen Seehafens. Pisa stand 100 Jahre lang unter Florentiner Herrschaft, hatte aber die politischen Wirren der letzten Jahre genutzt, um sich loszusagen. Als Machiavelli sein Amt antritt, versucht Florenz bereits seit vier Jahren das abtrünnige Pisa zu unterwerfen. Erfolglos. Schnell erkennt er, dass sich daran auch nichts ändern wird, solange Florenz unzuverlässige und rivalisierende Söldnertrupps für seine Zwecke einsetzt. Auf Drängen Machiavellis beschließt der Rat der Stadt 1506 schließlich die Gründung eines Volksheeres. Nahezu im Alleingang baut Machiavelli in der Folge eine Bürgermiliz auf, die 1509 endlich den Sieg über Pisa erringen kann. Es ist dies der größte politische Erfolg Machiavellis. Auf seinen diplomatischen Missionen als Gesandter der Stadt Florenz trifft Machiavelli unter anderem mit dem französischen König, dem deutschen Kaiser und dem Papst zusammen. Besonderen Eindruck hinterlassen bei Machiavelli aber die Begegnungen mit Cesare Borgia, dem ehrgeizigen Herrscher über die Romagna. Denn dieser hatte sich infolge einer skrupellosen, aber überaus erfolgreichen Eroberungspolitik in kürzester Zeit zu einem der mächtigsten Fürsten Italiens aufgeschwungen. Derweil wird Italien von Neuem zum Spielball der großen europäischen Mächte. Papst Julius II. schmiedet ein Bündnis mehrerer italienischer Staaten mit Spanien. Diese sogenannte Heilige Liga richtet sich vor allem gegen Frankreich. Florenz, traditionell Verbündeter der Franzosen, bleibt außen vor und wird in der Folge von spanischen Truppen besetzt. Mit den Spaniern kehren auch die Medici nach Florenz zurück und setzen der florentinischen Republik ein Ende. Hat der Sturz der Medici 20 Jahre zuvor Machiavellis Aufstieg zum Spitzenbeamten erst möglich gemacht, findet mit ihrer Rückkehr sein politisches Wirken ein abruptes Ende. Unverzüglich wird er seines Amtes enthoben. Als er wenig später sogar der Verschwörung bezichtigt wird, folgen Gefängnis und Folter. Zwar kommt Machiavelli im Zuge einer allgemeinen Amnestie bald wieder frei, doch wird er in die Verbannung geschickt. So zieht er sich im Frühsommer des Jahres 1513 mit seiner Familie auf ein kleines ererbtes Landgut bei San Cassiano in der Nähe von Florenz zurück. Seit zwölf Jahren ist Machiavelli da bereits mit Marietta di Luigi Corzini verheiratet. Von ihr ist wenig bekannt, außer, dass sie ihm sechs Kinder gebärt und seinen ausgeprägten Hang zur Untreue geduldig erträgt. Niccolo Machiavelli ist zutiefst niedergeschlagen. Die Politik war sein Leben und das ist ihm nun genommen. Aus der erzwungenen politischen Tatenlosigkeit flüchtet sich Machiavelli in die politische Schriftstellerei. Noch im Jahre 1513 verfasst er das Werk, das ihn später so berühmt wie berüchtigt machen sollte. Il Principe, zu Deutsch der Fürst. Das Buch ist bahnbrechend. Bislang hatten Philosophen und Gelehrte das politische Geschäft stets durch die moralische Brille betrachtet. Nur wer moralisch gut handelt, konnte demnach ein guter Herrscher sein. Ausgehend von seinen eigenen politischen Erfahrungen trifft Machiavelli die nüchterne Feststellung, dass Politik, das Machterhalt so nicht funktioniert. Wer das, was er tut, ausgibt für das, was man tun sollte, bewirkt eher seinen Untergang als seine Erhaltung, schreibt Machiavelli. Daher sei es seine Absicht, die tatsächliche Gestalt der Dinge zu beschreiben und nicht ein Fantasiebild. Gut, was muss ein Fürst nun mitbringen, wenn er Erfolg haben will? Für Machiavelli steht fest, ein Herrscher braucht sowohl Fortuna, also ein ihm gewogenes Schicksal, als auch Virtu, die Fähigkeit zum Machterhalt. Das deutsche Sprichwort, das Glück des Tüchtigen, trifft genau, was Machiavelli damit meint. Für einen Herrscher gilt es, die Situation stets zu seinen Gunsten zu nutzen. Die Kriegskunst sollte daher oberste Priorität für einen Fürsten haben, denn, so schreibt Machiavelli, die Vernachlässigung der Kriegskunst ist der erste Schritt zum Verlust der Herrschaft. Und das beste Mittel, sie zu erwerben, ist die Meisterschaft in dieser Kunst. Wie soll sich der Fürst aber dem eigenen Volk gegenüber verhalten? Nun, sagt Machiavelli, am besten wäre es, gleichermaßen geliebt und gefürchtet zu sein. Da es aber schwer ist, beides zu vereinigen, ist es weit sicherer, gefürchtet zu sein als geliebt. Gefürchtet zu sein darf jedoch keinesfalls heißen, gehasst zu werden. Als Beispiel dient Machiavelli hier Cesare Borgia. Als dessen Herführer aufgrund seiner Grausamkeit den Hass der Bevölkerung auf sich zieht, lässt er ihn vor den Augen der Bürger hinrichten und schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn einerseits kann er den Hass der Bürger besänftigen, andererseits deren Furcht und Respekt vor ihm selbst steigern. Statt Nachsicht und Milde empfiehlt Machiavelli also wohldosierte, gezielt eingesetzte Grausamkeiten. Denn dem Erhalt des Respekts vor dem Herrscher sind aus Sicht Machiavellis alle politischen Maßnahmen unterzuordnen. Alles in allem ist Machiavellis idealer Herrscher aber keinesfalls ein gewaltbesessener Diktator, sondern viel eher ein politischer Schachspieler, der jeden seiner Züge klug kalkuliert. Und welches Land könnte einen solchen Fürsten dringender gebrauchen als Italien, das im Schachspiel der großen Mächte stets die Bauernopfer bringen muss? Allein von 1494 bis 1525 tragen deutsche, französische und spanische Truppen drei größere Kriege auf italienischem Boden aus. Machiavelli liefert mit seinem Buch eine Blaupause, mit welchen Mitteln und Eigenschaften es einem Herrscher gelingen könnte, das in viele Kleinstaaten zersplitterte Italien zu einen und von der Fremdherrschaft zu befreien. Dass dies ein wahres Anliegen ist, geht im Übrigen auch aus dem Titel des letzten Kapitels des Fürsten hervor, der lautet »Aufruf, Italien von den Barbaren zu befreien«. Machiavelli widmet sein Werk der Fürst dem neuen Medici-Herrscher von Florenz, in der Hoffnung, dessen Aufmerksamkeit und Gunst zu erwecken. Der bedankt sich höflich und schickt als Anerkennung eine Kiste Wein. Wahrlich nicht die Reaktion, die sich Machiavelli erhofft hat. In den folgenden Jahren führt der auf sein Land gut verbannte Machiavelli das Leben eines einfachen Bauern. Er kümmert sich um Vieh und Landwirtschaft, genießt die Vogeljagd und verbringt viel Zeit im Wirtshaus. Dort vertreibt er sich mit einem Metzger, einem Müller und zwei Ziegelbrennern die Zeit mit Karten und Würfelspiel. Was für ein Umgang für den ehemaligen Spitzendiplomaten, der einst mit Königen und Kaisern verkehrte. Es überrascht nicht, dass Machiavelli sich immer mehr in eine Fantasiewelt zurückzieht. Er selbst schreibt, wenn der Abend kommt, kehre ich nach Hause zurück und gehe in mein Schreibzimmer. An der Schwelle werfe ich die Bauerntracht ab, voll Schmutz und Kot. Ich lege prächtige Hofgewänder an und angemessen gekleidet begebe ich mich in die Säulenhallen der großen Alten. Er meint die Philosophen und Dichter der Antike. Freundlich von ihnen aufgenommen, nähere ich mich damit der Speise, die allein die meinige ist, für die ich geboren bin. Während seiner Verbannung ist Machiavelli überaus produktiv und verfasst zahlreiche Werke politischer oder historischer Natur, die sich, wenn er sie überhaupt veröffentlichen kann, stets an gelehrte Kreise richten. Den meisten seiner Zeitgenossen ist Machiavelli aber gar nicht als politischer Schriftsteller, sondern als Komödiendichter bekannt. Insbesondere dem 1520 in Florenz uraufgeführten Lustspiel La Mandragola ist großer Erfolg beschieden. Die Satire erzählt von der Planung eines Ehebruchs durch Protagonisten wie einen gelangweilten Lebemann, eine kupplerische Mutter und einen impotenten Ehemann. Sein nicht nachlassendes Bemühen um die Gunst der Medici wird 1520 endlich von Erfolg gekrönt. Zwar holen sie Machiavelli nicht in die praktische Politik zurück, aber sie erteilen ihm den Auftrag, die Geschichte der Stadt Florenz niederzuschreiben. Ein umfangreiches Unterfangen, dem sich Machiavelli die nächsten Jahre widmet. Doch abermals wendet sich das Schicksal gegen ihn. Im Jahre 1527 marschieren die Truppen des deutschen Kaisers in Florenz ein und beenden die Herrschaft der vom Volk ungeliebten Medici. Die alte republikanische Verfassung gewinnt wieder Geltung. Voller Hoffnung bewirbt sich Machiavelli auf die Sekretärsstelle, die er zuletzt vor 15 Jahren innegehabt hatte. Doch er hat keine Chance. Obwohl er so viele Jahre unter der Verbannung durch die Medici gelitten hat, wird er jetzt wegen seiner Chronistentätigkeit als deren Parteigänger abgestempelt. Einstimmig lehnt der Rat der Stadt seine Bewerbung ab. Diese erneute Zurückweisung ist zu viel für den nunmehr 58-Jährigen, dessen Gesundheit nach all den Jahren der Verbitterung angeschlagen ist. Am 21. Juni 1527 stirbt Niccolò Machiavelli im Kreise seiner Familie in Florenz und wird tags darauf in der Familiengruft in Santa Croce beigesetzt. Blickt man auf Leben und Werk Machiavellis zurück, erscheint er wahrlich nicht als des Teufels Philosoph. Heute herrscht Einigkeit darüber, dass mit Machiavelli die politische Philosophie der Neuzeit beginnt. Denn er ist der Erste, der das politische Geschäft nicht durch die moralische Brille betrachtet, sondern aus dem Blickwinkel der Effizienz. Welches Verhalten ist hilfreich für den Machterhalt und welches nicht? Wenn heute Politiker von Staatsräson oder politischen Notwendigkeiten sprechen, meinen sie nichts anderes. Und wer weiß, vielleicht hat auch der eine oder andere seinen Machiavelli auf dem Nachttisch liegen. Michelangelo, 1475 bis 1564 Noch heute, über 500 Jahre nach seiner Fertigstellung, sind die Besucher der Galerie dell'Accademia in Florenz beeindruckt von ihm, dem David des Michelangelo. Er ist das Abbild des perfekten Mannes, wie er lockerlässig seinen Astralkörper zur Schau stellt und dabei fast herablassend auf die Besucher blickt. Unvorstellbar, dass Michelangelo dieses Prachtwerk aus nur einem einzigen Stück Carrara-Marmor herausgemeißelt hat. Über fünf Tonnen wiegt der David, ist so hoch wie ein Doppeldecker-Bus und hat seinen Schöpfer drei Jahre Arbeit gekostet. Ein Projekt, das sich gelohnt hat. Denn neben mehreren hundert Dukaten Lohn hat David seinem Meister vor allem eines beschert. Berühmtheit bis weit über seinen Tod hinaus. Michelangelo wird 1475 als Sohn von Ludovico Buonarroti und Francesca di Neri Minato del Serra in dem idyllischen italienischen Dorf Caprese geboren. Sein Vater, der von einer Kunsthandwerkerfamilie abstammt und ein kleines Landgut besitzt, hat stets Schwierigkeiten seiner Frau und seinen Kindern den gewünschten Lebensstandard zu bieten. Durch die Gunst der damals in der Toskana vorherrschenden Medici erhält er ab und an niedere Staatsämter, die die Familie Buonarroti kurz nach der Geburt Michelangelos nach Florenz führen. Dort wird der Säugling einer Amme übergeben, da die eigene Mutter zu schwach ist, das Kind zu stillen. Weitere Schwangerschaften verschlechtern den gesundheitlichen Zustand von Francesca Zusehens, was nur wenige Jahre später zu ihrem Tod führt. Michelangelo ist nun halbweise. Da sich sein Vater nicht um ihn kümmern kann, lebt der Junge weiterhin bei seiner Amme und deren Mann, einem Steinmetz. Erst als es um die Berufswahl von Michelangelo geht, fühlt sich der Vater verantwortlich. Er wünscht, dass sein Sohn Kaufmann wird und lukrative Handelsgeschäfte betreibt. Handwerk hat zu dieser Zeit in Florenz seiner Meinung nach keinen goldenen Boden. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn. Michelangelo hat seinen Entschluß nämlich schon lange gefasst. Er will in die Fußstapfen seines Ziehvaters treten und ebenfalls Steinmetz werden. Ich habe die Leidenschaft für meine Arbeit mit der Milch meiner Amme aufgesogen, sagt er viele Jahre später, als er auf sein unglaubliches Talent angesprochen wird. Schließlich siegt der Sohn über den Vater und kann mit seinen 13 Jahren eine Lehre in der Werkstatt des damals berühmten Domenico Ghirlandaio beginnen. Schnell zeigt sich Michelangelos große Begabung für jede Art der bildenden Künste. Sowohl in der Bildhauerei als auch in der Malerei hebt er sich deutlich von seinen Mitschülern ab. Schon in seinem ersten Lehrjahr darf er deshalb die Akademie im Garten der Medici besuchen. Lorenzo di Medici hatte diese Einrichtung gegründet, um jungen Künstlern eine Möglichkeit zu bieten, die Arbeiten ihrer großen Vorbilder zu studieren. Zahlreiche Statuen und Skulpturen schmücken den Garten. In Ruhe können die Schüler die Techniken der alten Meister selbst ausprobieren und erlernen. Berühmte Künstler wie Sandro Botticelli oder Gian Battista Alberti unterstützen sie dabei. Bereits Michelangelos erstes Werk zieht die Aufmerksamkeit Lorenzo di Medicis auf ihn. Der Kopf eines Fauns gelingt dem angehenden Künstler so gut, dass ihn die Medici unverzüglich in den kleinen Kreis seiner Günstlinge aufnimmt. Von nun an genießt Michelangelo die beste Ausbildung, die seinerzeit in Florenz möglich ist. Er erhält Unterricht in den Fächern Bildhauerei, Malerei, Architektur und Poesie. Da er sich als Günstling um finanzielle Angelegenheiten keine Sorgen machen muss, kann er sich ganz und gar seinen Studien widmen. Ob ihm sein Erfolg schon damals zu Kopf gestiegen ist, vermag heute niemand mehr mit Gewissheit zu sagen. Im Nachhinein wird Michelangelo jedenfalls häufig als jähzornig, trotzig, hochmütig und unberechenbar beschrieben. Charaktereigenschaften, die auch zu einer Szene passen, die sich angeblich zwischen ihm und seinem Mitschüler Pietro Torrigiano zugetragen haben soll. Eines Tages besuchen die beiden Jungen den Kreuzgang der Kirche Santa Maria del Carmine, um sich die dortigen Fresken anzuschauen. Während Michelangelo von der Art der Darstellung sehr angetan ist und die Formen der Figuren bewundert, kritisiert Pietro deren fehlende Ausdrucksstärke und Glanzlosigkeit. Keiner der beiden will nachgeben. Die Diskussion endet mit einer Schlägerei, bei der Michelangelos Nase gebrochen wird, was ihn dann, Zeit seines Lebens, an die handgreifliche Auseinandersetzung mit Pietro Torrigiani erinnern sollte. Bereits drei Jahre nach Michelangelos Aufnahme in die Akademie stirbt Lorenzo di Medici im Alter von nur 43 Jahren. Eine Katastrophe für die jungen Künstler, denn sein Sohn Piero di Medici hat keine kulturelle Ader und sieht deshalb auch keinen Sinn in der Fortführung der Akademie. Enttäuscht wendet sich Michelangelo zusammen mit zwei Freunden von den Medici ab und geht nach Bologna. Dort fertigt er zwar einige kleinere Arbeiten an, aber sein Leben erfüllt ihn nicht. Noch immer ist Florenz die Hauptstadt der Künste und dorthin will er zurück. Nicht ungelegen kommt es ihm deshalb, als er hört, dass sein Name in seiner Abwesenheit auf einer Liste mit Künstlern aufgetaucht sei, die dafür in Frage kämen, einen neuen Versammlungssaal für den großen Rat in Florenz auszustatten. Als er in seiner Heimatstadt ankommt, wartet aber ein ganz anderer Auftrag auf ihn. Piero di Medici hat sich in den Kopf gesetzt, aus dem eben gefallenen Schnee eine Statue anfertigen zu lassen. Michelangelo setzt diese Aufgabe zwar mit Bravour um, kommt sich dabei aber ziemlich lächerlich vor. Er, der begnadete Künstler, fühlt sich als Marionette eines Übermütigen. Doch zu dieser Zeit sind die Stunden des Piero di Medici bereits gezählt. Französische, spanische und deutsche Truppen fallen in die Toskana ein und nähern sich Florenz. Gleichzeitig schafft es der Dominikanermönch, Girolamo Savonarola mit flammenden Reden, die Bevölkerung gegen die im Luxus lebenden Medici aufzubringen. Die Masse brodelt. Piero di Medici bleibt nur noch ein Ausweg. Er muss aus Florenz fliehen. Kaum hat Savonarola vernommen, dass der Regent der Stadt das Weite gesucht hat, ruft er die Theokratische Republik aus. Innerhalb kürzester Zeit beginnt eine Ketzerverfolgung unvorstellbaren Ausmaßes. Alle, die sich gegen Savonarola stellen, werden umgehend auf den Scheiterhaufen gebracht. Auch Bücher und Kunstwerke gehen in Flammen auf. Das kulturelle Florenz liegt in Schutt und Asche. Wie unter Schock wendet sich der 21-jährige Michelangelo 1496 von der einst blühenden Kunstmetropole der Toskana ab und geht nach Rom. Dort wird er beinahe erschlagen von den unbeschreiblichen Kunstwerken, die seine Vorgänger im Namen der Kirche geschaffen haben. Voll Hingabe studiert er die alten Meister und erhält auch selbst bald erste Aufträge. Der römische Adelige Giacoppo Galli ist auf der Suche nach einem Künstler, der den Weingott Bacchus für ihn gestalten soll. Michelangelo nimmt die Herausforderung an und schafft eines seiner besten Jugendwerke. Die Präzision seiner Arbeit und die Originalität seiner Darstellung machen Kunstwerk und Künstler schnell bekannt. So wird auch der französische Kardinal Jean de Villiers de la Grollaie auf ihn aufmerksam, der ihn gleichfalls mit einer Arbeit beauftragt. Im Gegensatz zum lebenslustigen Bacchus soll Michelangelo für den Kardinal eine Pietà schaffen, also die Darstellung der Mutter Gottes mit dem sterbenden Christus auf dem Schoß. Auch diesen Auftrag setzt der junge Künstler auf beeindruckende Weise um. Die Mimik und die Gestik von Maria und Jesus rühren den Betrachter noch heute. Rund fünf Jahre verbringt Michelangelo in Rom. Dann haben sich in seiner Heimatstadt die Wogen weitgehend geglättet. Mit Unterstützung des Papstes hatten es die Florentiner Bürger bereits 1498 geschafft, den diktatorischen Mönch Savonarola zu stürzen und die Regierung in die Hand zu nehmen. Dadurch ist Künstlern zumindest ein unbehelligtes Leben möglich, wenn es auch in keiner Weise mit den wunderbaren Bedingungen zu Zeiten eines Lorenzo di Medici zu vergleichen ist. Letztlich dürften es auch familiäre Beweggründe gewesen sein, die Michelangelo nach Florenz zurückführen. Sein Vater Ludovico hat seit der Flucht Piero di Medicis kein öffentliches Amt mehr inne und kann den Unterhalt der Familie nicht mehr gewährleisten. Für ihn steht fest, dass der erfolgreiche Sohn für ihn und seine Brüder zu sorgen hat. In der langsam wieder aufkeimenden Kunstszene von Florenz gibt es in jenen Tagen nur ein Thema. Die Aufgabe, aus einem gigantischen Marmorblock eine David-Statue zu meißeln. 1464 hatte dies bereits der Bildhauer Agostino di Duccio in Angriff genommen und war kläglich daran gescheitert. Auch Antonio Rossellino, der sich rund zehn Jahre später an das Projekt herangewagt hatte, war nicht mit Erfolg gesegnet. Nun, 1501, sollte Michelangelo an genau demselben Block sein können beweisen. Am 13. September beginnt der damals 27-jährige Künstler mit seiner Arbeit. 400 Dukaten Vorschuss fördern den Ehrgeiz, das Kunstwerk zu verbringen zusätzlich. Und das Vorhaben gelingt. Am 8. September 1504, also drei Jahre nach dem ersten Hammerschlag, präsentiert Michelangelo seinen David. Im krassen Gegensatz zu den bis dahin bekannten Darstellungen des biblischen Helden, die Donatello oder Verrocchio geschaffen hatten, ist die neue Statue das Abbild eines beeindruckenden jungen Helden, dessen vollkommene Schönheit uns noch heute fasziniert. Michelangelo ist nun endgültig der leuchtende Stern am italienischen Künstlerhimmel. Bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus wird bekannt, dass es ihm gelungen ist, den Marmorfelsen zu bezwingen und das Unmögliche möglich zu machen. Die besten Künstler werden zusammengerufen, um zu entscheiden, wo die Statue stehen soll. Die Wahl fällt schließlich auf den Platz vor dem Rathaus. Dort steht David, bis er 1882 zum Schutz vor Verwitterung in die Galerie dell'Accademia umziehen muss. Kaum hatte sich der Ruhm Michelangelos bis nach Rom verbreitet, wird auch Papst Julius II. ganz versessen darauf, den Künstler kennenzulernen. Er lässt Michelangelo vorladen und weiht ihn in seine bis dahin geheimen Pläne ein. Ihm, dem Vertreter Gottes auf Erden, solle ein Grabmal geschaffen werden, das alles bis dahin Dagewesene in seinen Schatten stellt. Größer, schöner und beeindruckender als alle bekannten Mausoleen soll die künftige Grabstätte von Julius II. sein. Ein Auftrag nach Michelangelos Geschmack. Im März 1505 beginnt er mit der Planung. Schon bald kann er seinen Entwurf präsentieren. 40 Statuen symbolisieren den Triumph der Kirche. In der Mitte die Grabstätte von Julius II. Der Papst ist begeistert. Sofort soll sich Michelangelo an die Umsetzung des Planes machen. Unverzüglich bricht der Künstler deshalb nach Carrara auf, um in den dortigen Marmorsteinbrüchen den Abbau des wertvollen Baumaterials persönlich zu überwachen. Den ganzen Winter 1505-1506 verbringt Michelangelo im Steinbruch und achtet mit größter Sorgfalt darauf, dass nur die edelsten Steine nach Rom geliefert werden. Im Frühjahr kehrt er selbst dorthin zurück. Doch er erlebt eine böse Überraschung. Berater des Papstes hatten diesen in der Zwischenzeit davon überzeugt, dass es nichts Gutes verheiße, sich selbst schon zu Lebzeiten ein Denkmal zu setzen. Also war der Papst von seinem Plan abgekommen und widmete sich stattdessen dem Bau der neuen Peterskirche. Für Michelangelo ein unglaublicher Affront. Doch Julius II. will nicht ganz auf den Künstler verzichten. Er beauftragt ihn mit der Bemalung der Decke der Sixtinischen Kapelle. Michelangelo ist zunächst skeptisch. Die Decke ist sehr hoch und riesengroß. Die Gefahr, an diesem Projekt zu scheitern, ist immens. Er weiß, dass er damit sein gesamtes Renommee als begnadeter Künstler aufs Spiel setzt. Gleichzeitig vermutet er, dass hinter dem Vorschlag des Papstes ein gewisser Bramante d'Urbino steckt, der seit Längerem gegen ihn intrigiert, da er ein Förderer des ebenfalls als hochbegabt geltenden Künstlers Raphael ist. Michelangelo ist sich sicher, dass eben dieser Raphael den Auftrag bekommen würde, wenn er ablehnt. Damit wäre seine künstlerische Laufbahn in Rom beendet, ohne dass er eine Möglichkeit gehabt hätte, in dieser Stadt sein Können zu beweisen. Kurzerhand entwirft Michelangelo ein gigantisches Gerüst, das er in der Sixtinischen Kapelle aufbauen lässt. Auf dem Rücken liegend beginnt er, die Decke zu bemalen. Er muss bei Kerzenschein arbeiten. Das stundenlange Liegen auf den harten Brettern und das schlechte Licht verursachen Michelangelo starke Schmerzen und ein Augenleiden. Aber sein Ehrgeiz beflügelt ihn. Nur dem Papst ist es gestattet, die Sixtinische Kapelle zu betreten und die fortschreitende Arbeit zu besichtigen. Doch obwohl Michelangelo trotz der widrigen Umstände sehr schnell arbeitet, ist Julius II. nicht zufrieden. Der Papst befürchtet bald zu sterben und die Fertigstellung des Gemäldes nicht mehr zu erleben. Immer wieder geraten die beiden deshalb in Streit. Der Papst droht dem Künstler, ihn vom Gerüst zu werfen, wenn er nicht schneller arbeite. Michelangelo lacht ihn aus und spottet, wenn ihr das tut, werdet ihr die Fertigstellung des Freskos mit Sicherheit nicht mehr erleben. Doch als der Künstler nach vier Jahren Arbeit 1512 zum letzten Mal von seinem Gerüst steigt, lebt der Papst noch und kann am Karfreitag desselben Jahres das vollendete Gemälde mit eigenen Augen betrachten. Und was Julius II. dort sieht, übertrifft seine kühnsten Erwartungen. Durch die Vielzahl der Perspektiven, die der Künstler gewählt hatte, und die freie Anpassung der verschiedenen Personen an die Tiefe der Wölbung, war es Michelangelo gelungen, ein Kunstwerk zu schaffen, das bis auf den heutigen Tag zu den bedeutendsten der Kunstgeschichte zählt. Als Meisterwerk der Malerei aller Epochen, das die Finsternis durchbrach, die Jahrhunderte hindurch die Menschen eingehüllt und die Welt verdunkelt hatte, bezeichnet der Kunsthistoriker Giorgio Vasari das Fresko. Nur vier Monate nach diesem historischen Augenblick stirbt Papst Julius II. Nun will Michelangelo das geplante Mausoleum umsetzen. Doch dazu kommt es nicht. Es erscheint allgemein zu pompös. Lediglich ein kleiner Teil und wenige der ursprünglich vorgesehenen Figuren werden Realität. Darunter unter anderem die berühmte Moses-Darstellung. Frustriert verlässt Michelangelo schließlich Rom und beginnt 1520 mit der Ausgestaltung der Grabkapelle für die Familie Medici in der neuen Sakristei von San Lorenzo in Florenz. Rund zwölf Jahre arbeitet er an diesem Auftrag. Noch einmal kehrt Michelangelo nach Rom zurück, 1536. Er lässt auf der Altarwand der Sixtinischen Kapelle das monumentale Fresko, das jüngste Gericht, entstehen. Dies ist die Zeit, zu der er auch als Dichter berühmt wird. Er schreibt zahlreiche Sonnette, von denen er die schönsten einer gewissen Vittoria Colonna widmet, der einzigen Frau, der es gelungen ist, in sein arbeitsreiches Leben zu treten. Sie wird zu seinem geistigen und moralischen Vorbild, lehrt ihn Gelassenheit und zeigt ihm, dass es neben der Arbeit auch andere Dinge gibt, die ihn erfüllen und glücklich machen können. 1546 wird er von Papst Paul III. zum Bauleiter des Petersdoms bestellt. Das Bauvorhaben drohte zu scheitern, denn Bramante d'Urbino, Michelangelos einstiger Widersacher, hatte einen Plan entworfen, der sich nicht umsetzen ließ. Mit großem Selbstbewusstsein korrigiert Michelangelo die unsinnigen Entwürfe. Unter seiner Leitung entsteht die Kuppel des heutigen Petersdoms, ein Meilenstein der Architekturgeschichte. Stets auf der Suche nach Kontrasten zwischen Schatten und Licht sowie Mauer und Freiraum ergibt sich ein Effekt, der von den Experten als Bewegung des Raumes bezeichnet wird und als Vorläufer der barocken Baukunst gilt. Ab 1560 fordert Michelangelos exzessives Arbeiten unter größten körperlichen Anstrengungen seinen Tribut. Dazu stellen sich diverse Altersleiden ein. Häufig ist er gezwungen, das Bett zu hüten, da er immer wieder ohnmächtig wird. 1563 erleidet er seinen ersten Schlaganfall. Von nun an kann er das Bett nicht mehr verlassen. Kurz zuvor hatte er noch einmal alle Kräfte aktiviert, um seine unvollendeten Pläne und nicht ausgeführten Entwürfe zu verbrennen. Niemand sollte nach seinem Tode erfahren, was umzusetzen ihm verwehrt war. Am 18. Februar 1564, im Alter von 89 Jahren, schließt er für immer die Augen. Mit diesen Worten verabschiedet er sich. Mit Michelangelo stirbt ein Künstler, der eine ganze Epoche geprägt hat. Er ist der Inbegriff der italienischen Renaissance. Kaum ein anderer hat so viele monumentale Werke geschaffen wie er. Noch heute, rund 450 Jahre nach seinem Tod, stehen wir staunend vor seinem Kunst.